hallo und willkommen zurück zu einem neuen video hier ja wir spielen heute mal wieder ein horror video was ihr gerade im hintergrund seht ist der trailer davon ja dieses spiel heißt am morgens lieb und ja among the sleep wird so ein kleines projekt sein es wird ein paar teile haben also ich werde was heraus machen ich glaube vier teile fünfteile der erste teil den seht ihr jetzt hier auf jeden fall und ich möchte kurz im voraus sagen das spiel beinhaltet ja nicht beinhaltet spiel handelt von einem kleinkind was ihr gerade seht es nachts was ich aufwacht die mutter ist weg und herausfunden was mit ihr passiert ist ja das alles hat mit so einer kleinen steuerung oder kamera im kleinkind format sagen wir mal man muss an türen rankommen muss dabei hochklettern etc etc ja genau mehr gibt es von mir aber auch nicht zu sagen dann würde ich sagen stoppen wir den trader und gehen ins spiel ja und damit zwischen auch direkt rüber und ich würde sagen starten wir doch mal eine neue geschichte ich gehe mit wst bewegen wir uns look around space climb stand up interact cross print ok ähm was der hell ist das wo bin ich was ist das leute was zur helle ist das hallo ach das ist ein glas jetzt wird es nur ein minuten sein mami muss sich sicher dass das kuchen perfekt ist kuchen haben wir geburtstag haben wir geburtstag das ist das wir können es bewegen ja ball ich bin dem ball ich bin dem ball wir schieben alles nach links her was auch da so schön nach links so schön nach links hallo ich habe einen ball das ist mir vor oho ich habe einen ball ich habe einen ball ich habe einen ball Oh, roter Pajama. Passt doch so mal. Nein, hallo. Das ist mein Ball. Happy Birthday, sweetie. Wow, zwei Jahre heute. Ops. Ich denke, ich kenne ein bisschen jemand, der bereit ist für ein Kuchen. Chugga-chugga-chugga-chugga-choo-choo-choo-choo. Hier kommt es. Durch den Tunnel. Choo-choo. Kannst du mal gucken gehen? Ich glaube, das ist ein Einbrescher. Das ist ein Mörderer. Ich werde... gleich zurück. Oh, ja. Was machst du da? Was zur Hölle? Nein, was passiert hier? Nein, ich finde wir im Spiel, das Spiel, da ist mit... Hufe! Oh, Gott im Höhlen! Nein! Nein! Wer war da? Merkwürdig. Hey, you. Oh, ein Geschenk! Oh, ein Geschenk! Schau, was ich gefunden habe. Oh, ein Geschenk! Ich frage, was es ist. Warum gehen wir nach oben und finden es? Oh, mein. Wie viel Kuchen hast du denn? Ich habe zwei Stück gegessen. Zwei Mini-Stück. Oh, komm. Wunderschöner Ausblick von hier oben, Madame. Ähm. Das ist... sehr schön. Oh, Gott. Ah! Lass mich. Oh, das hat sie wohl gehört. Krill... Krillbyte Studio. Ähm. Mami. Das wird ein bisschen sehr dunkel, Mami. Äh. Ich bin mir nicht sicher, ob das so sein soll. Mami, dreh schon mal um. Präsenz. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Dort wird es über... Oh, Gott wird das Dunkel. Ach du Scheiße. Mami, das ist so dunkel da hinten. Da kommt etwas aus der Dunkelheit. Hier sind wir. Hm. Jetzt schauen wir uns was da drin ist. Vielleicht ist es ein Spielzeug. Vielleicht ist es ein Spiezäck. Ah. Es ist, es ist. Es ist ein Teddy Bär. Okay, Schüttie. Du bist eine Dier und spielst du für ein bisschen. Mami wird gleich zurück. Okay. Nein, nein, lass mich zum Geschenk. Ich will zu meinem Geschenk. Fami. Und hier fangen wir an. Na nur, wir sitzen in deiner Kiste. Übrigens, das Format, das liegt nicht an mir, das liegt an dem Spiel. Ich werde das wahrscheinlich im Schnittprogramm ein bisschen breiter ziehen. Halt, äh, geht und bewegt eine Maus. Hey, du hast mich gefunden. Oh, hallo. Mein Name ist Teddy. Oh, hi, Teddy. Hey, was ist dein Name? Äh, Red Gamer. Nicht viel von einem Sprecher, äh? Ich habe dir das gesagt. Lass uns ein Spiel spielen. Let's play ein Spiel, okay. Ich weiß, ich schiebe das rote Elefant, während du nicht schaust. Ähm, okay. Komm her, schiebe es um die Augen zuzuhalten. Okay, du kannst kämpfen, um die Augen zuzuhalten. Ah. Da. Du kannst jetzt schauen. Du kommst aus der Richtung, es ist, ist, es ist ein bisschen, bisschen, bisschen merkwürdig. In your face. Kommt ihr da angelaufen, kommt, guck mal wieder angelaufen. Kommt, guck mal wieder angelaufen. Das ist. Super warm. Du hast es gefunden. Wow. Ist das eine Musikbox? Funktioniert es? Schiebt es nicht über den Teppich? Oh mein Gott, Teddy, Alter. Ah ja, das sind wunderschönsortierte Socken. Definitiv. Definitiv. So Teddy, du kommst jetzt wieder in die Box. Per Knopfdruck, Teddy. Hey, pick me up and carry me on your back. Wieso? Komm mit, Teddy. Ähm. Gut. Das wird gut machen. Ich hoffe, dass es hier keine Mönster gibt. Ja, ich hoffe, ich auch. Wenn du in einem dunklen Ort fühlst, kannst du mich stark schmerzen. Du kannst dich ein bisschen sicherer fühlen. Ich denke, wir sollten hier sein. Wir müssen vorsichtig sein. Ach du... Oh Gott, diese Atmosphäre. Oh Gott, diese Atmosphäre. Diese Mönster sehen aus, als wenn ich gleich anspringen. Alter. Hast du das gehört? Ja, das gefällt mir nicht. Ich denke, dass etwas kommt. Teddy, jetzt mach mir keine Angst. Da bist du. Was machst du im Knochen? Oh, hallo. Bist du mit deinem neuen Freund spielen? Hallo, Herr Bear. Schön, dich zu kennenzulernen. Wie bist du heute? Du musst von meiner Mutter stoppen. Ich hoffe, du hattest einen guten Geburtstag, Hon. Mutter wäre sehr schade, wenn du nicht. Und jetzt ist es Zeit für den Bett. Oh, ne, ich will noch nicht schlafen. Es ist doch noch so hell. Wenn du jetzt schlafen kannst, du wirst morgen früh wachsen und spiel mit deinem Freund. All den Tag. Jeder kleine Junge und Mädchen schlafen jetzt. Alles über den Wald. Und sie warten, nur für dich. Wir sollten sie nicht halten. Ich will aber nicht mit denen schlafen. Lass mich. Nein, ich will doch nicht schlafen. Was? Was? Was ist denn los? Ich höre Geräusche. Die Tür geht auf. Wer ist da? Hallo? Hallo? Teddy, Teddy. Nein, nein, nein. Sie nimmt Teddy mit. Teddy. Teddy, nein. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Teddy. Die Tür geht zu. Sie haben Teddy gestorben. Wieso haben sie Teddy gestorben? Nein, Teddy. What the fuck? What the fuck? Was ist egal? Au. Aua. Ähm. Wir haben Teddy. Okay. Das ist merkwürdig. Ich bleib mal ganze Zeit auf dem Boden. Mir kann hier bestimmt nichts passieren. Ich kann hier nicht um Ecken spälen. Okay. 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 Interessant. für komme nicht ran müssen wir in die zügung das ist so schön nämlich ja nicht wenn die türen verschwärts sind müssen wir erst so gut ich glaube ich glaube ich höre was nein ist es das denke nein hört seine schrei qualen ich glaube trotzdem frei wobei schauen wir jetzt mal noch mal Hier oben? Ich kann mich wieder im Schrank verstecken, interessant. Danke. Was ist... nicht richtig? Wir müssen... deine Mutter finden. Oder wenn ihr noch welche habt? Ich hab keinen zu her. Wie sich eure Kuscheltiere damals in der Waschmaschine gefühlt haben. Ach du Scheiße. Ähm... Da unten... läuft jemand, glaube ich. Wir müssen sehr ruhig sein. Wir können es uns finden. Oh Gott, man muss es sogar ruhig sein. Puh... Okay... Und tötet uns. Glaub ich. Passe, komm mal weg. Mal weg. Oh mein Gott, Alter. Ach du Scheiße. Soll ich jetzt mal wagen? Ich glaube, ich hab was geweckt. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Das wird mein Hedgehog schneller. Ähm... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ah, einfach weg. Und jetzt so. Okay, unsere Mutter schläft da. Ich dachte, da steht was. Was? Sie ist nicht hier. Ähm... Sie ist nicht hier. Ähm... Ähm... Schwarz aus Schleim. So wie wir ihn in den Wandschrank gesehen haben. Warte, hier ist mehr zerbrochen als vorher. Ähm... Okay, das ist merkwürdig. Ding dong. Okay. Alter, was war das? 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 Alter, ist ja gut. Mh-mh. Ich hör mal ab. Ich hör mal unsere Mutter singen. Mami. Mami. Was ist das? Was ist das? Mami? Ich glaube, sie kann uns nicht hören und sie ist so weit entfernt. Vielleicht ist es eher wie eine Erinnerung von ihr? Was sich in der nächsten Folge hinter dieser Röhre befindet. Bis dahin, macht's gut und tschau.